jungs guck mal was gekommen ist und mädels natürlich ja wir haben ein paket gekriegt ich habe ja angekündigt dass was für den punto kommt und da ist es ja lasst uns direkt schauen was drin ist also ich weiß was drin ist ist jetzt gleich hallo und willkommen zurück auf kanal ich hoffe ihr habt einen tollen tag wir gesehen habt gerade haben ein paket bekommen und zwar ist da ein teil für den punto drin und zwar ein tacho wie ihr gleich sehen werdet und der hoffentlich plug and play passt in den punto ich schaue mal gleich also werden gleich unten den tacho einbauen beziehungsweise es versuchen würde ich sagen aber ihr seht jetzt erst mal wie ich den auspacke ja und dann würde ich sagen bis gleich im auto so dann lasst uns doch mal öffnen das kann mit einer hand wird das ein bisschen schwierig kamerakind kommt zu hilfe kannst du mal hier einmal in der mitte oh wir kriegen zeitung wir kriegen ein was ist das ein bett lagen wir kriegen ein bett lagen super nein wir kriegen natürlich was ganz anderes und zwar moment wir kriegen was ganz anderes und zwar schaut mal hier ein tacho für den punto weil der hat ja kein drehzahlmesser und wie ihr seht hier ist ein drehzahlmesser drin ja muss jetzt nur noch eingebaut werden und gucken dass das hier hinten auch alles passt sollte aber eigentlich plug and play reingehen schauen wir mal ach ja und wir müssen natürlich die kilometerzeige anpassen damit wir auch keinen bescheißerli hinterher haben wenn wir das auto verkaufen würde ich sagen dann gehen wir mal ins werk und machen den einmal auf so da sind wir auch schon im auto ich habe mir hier mal das werkzeug bereit gelegt und den anderen tacho um gleich zu schauen ob der auch passt ich gehe davon aus dass wir hier einmal die schraube und auf der anderen seite einmal die schraube lösen müssen um den tacho raus zu kriegen ich würde sagen ich schaue da mal nach ja und gebe euch gleich ein kleines zwischenfazit ob das auch geklappt hat und dann nehmen wir einmal den tacho mit und den anderen damit auch der kilometerstand stimmt im besten fall kann ich einfach die ja die tachos austauschen also quasi hier in der mitte einmal das blatt austauschen bzw das komplette teil austauschen und dann schauen wir gleich mal ich würde sagen ich baue dann mal in ruhe aus ja da wäre der tacho dann auch raus es waren tatsächlich nur hier die beiden schrauben also einmal da und einmal auf der seite dann einfach hier oben ein bisschen dran rum ziehen so dass der pin einfach rauskommt kabel lösen ja und das war es dann eigentlich auch schon hier ist das gute stück also der alte so sieht der von hinten aus so sieht der neue von hinten aus ja das gibt mir die hoffnung dass die untereinander quasi passen weil die positionen der stecker sind gleich und auch hier das ist gleich ich schaue einmal kurz nach ob der wirklich plug and play passt und wenn ja dann sehen wir uns gleich oben wieder weil dann geht es an den kilometerstand weil wir wollen ja wenn wir das auto irgendwann mal verkaufen keinen falschen kilometer stand da stehen haben und ich finde dieses rum gerechne immer ein bisschen sehr ätzend deswegen habe ich das lieber wenn der richtige kilometer stand im neuen tacho steht und ja wir schauen gleich einfach mal ob das auch wirklich funktioniert bis gleich ja da bin ich auch wieder zurück in der wohnung ich habe gerade den anderen tacho einmal angesteckt und siehe da keine drehzahl hey wie sich schnell herausgestellt hat muss da ein kabel verlegt werden aus dem motorraum in den innenraum hinein ja das werde ich dann ein anderes mal mit euch zusammen machen weil ich ja erst alles besorgen muss das heißt ich muss den alten stecker besorgen für die klemme die in dem stecker ist dann muss ich natürlich das kabel besorgen das ganze verlegen dennoch wird dieses video kommen als kleiner fail quasi nichtsdestotrotz habe ich jetzt den anderen tacho da und den werden wir schon mal auseinander bauen also so dass wir quasi schon mal gucken können ob wir den kilometer stand separat ändern können oder ob ich dann erst mit dem anderen tacho zusammen das ganze austauschen muss das heißt es wird für euch gleich ein bisschen gebastelt am und also an dem neuen tacho dann dann würde ich sagen ich besorge den ganzen quatsch dann bauen wir das demnächst ein für euch gibt es jetzt ein paar bilder vom neuen tacho ja da geht es jetzt daran den tacho zu öffnen wichtig ist dass wir das teil einmal abnehmen ja so dass wir da drunter an die schrauben können um hinterher den kollegen abnehmen zu können deswegen müssen wir hier hinten einmal aufmachen hier vorne sind moment ich zoome mal ein bisschen rein so kleine nasen die hier drin quasi halten normalerweise ist das gedacht dass man hier das quasi zusammendrückt auf der anderen seite auch und einfach raus dreht damit das auch funktioniert empfehle ich folgendes und zwar dass man auf einer seite ein messer rein stellt dass die eine seite schon mal so raus gedrückt wird dann nimmt man die andere seite und dreht das ganze ganz entspannt auf und dann ist das auch schon ab ja und dann wollen wir einmal das schöne glas hier abnehmen auch hier heben wir einmal mit dem messer quasi an so wichtig ist auch dass man nicht vergisst die hier oben zu lösen da ist ein bisschen multitasking gefordert moment dann machen wir das ganz anders so stecken da überall ein messer zwischen weil zack dann ploppt das nämlich einmal schon auf und dann müssen wir uns nämlich einfach nur um die seite kümmern und nicht vergessen den kollegen einmal abziehen so einfach ist der tacho auseinander gebaut jetzt haben wir hier quasi einmal die scheibe separat so die ist einmal auf den boden gegangen und jetzt können wir den kollegen einfach abziehen dann wollen wir mal schauen ob wir das hinten raus geschraubt kriegen und ob das den gewünschten effekt hat den ich mir so vorstelle ich hoffe ja ansonsten haben wir ein problem übrigens ich weiß auch nicht warum das ding hier lila ist ich habe absolut keine ahnung ich weiß auch nicht wie da ein nagellack reinkommt das ist das was ich mir schon fast gedacht habe so da haben wir den kollegen einmal raus gezogen und was man hier oben jetzt sieht guck mal dass ich das einmal für euch fokussiere so was man hier oben jetzt sieht sind die kollegen hier von der kilometeranzeige und dann wollen wir mal gucken ob wir das auch umgestellt kriegen soll jetzt natürlich keine anleitung sein wie man tacho am punto manipuliert aber nichtsdestotrotz geht es ja darum dass wir den richtigen kilometerstand haben und ich guck mal ob wir das auch gedreht kriegen hier was ich jetzt probiere ist das hier hinten das hier einmal abzuschrauben vielleicht komme ich dann besser da dran ja also wenn man ein tacho mit rätzeilmesser kriegt der schwarze zifferblätter hat dann darf man das gerne eins zu eins tauschen also an sich aber das problem ist hier bei dem dass unser tacho das nicht hat deswegen ist jetzt die frage wie kriegen wir das hin dass das funktioniert ich probiere jetzt einfach verschiedene sachen mal aus so dass ich euch informieren kann wie man es richtig macht so ich hoffe ich habe nichts kaputt gemacht um euch mal zu erklären was ich jetzt gerade gemacht habe ich habe den kollegen einfach rausgenommen ja und zwar ist er hier an den seiten einmal hier mit einem metallstift jeweils fixiert ja und dann hier quasi entsprechend auf der seite mit einem metallteil äh mit einem plastikteil das könnt ihr einfach abziehen das plastikteil und hier würde ich euch empfehlen ja mit einem messer dran zu gehen einfach dass ihr das so weit aufspreizt dass ihr das stück hier raus geschoben kriegt ja so und jetzt hoffe ich natürlich dass das funktioniert so wir hatten 148.000 drauf also theoretisch kann man hier quasi dann drehen ja und dann zählt der halt fleißig nach oben dauert mir ein bisschen zu lange ich werde das trotzdem so machen ja wenn ihr da eine andere möglichkeit habt also man könnte das theoretisch so machen ich habe da allerdings keine lust drauf dauert mir alles zu lange deswegen gucken wir das weiß ich auch noch so zack und nochmal das ganze auseinander jetzt können wir hier frei nach unserem belieben einstellen so und dann brauchen wir 175.000 Moment da muss ich gerade nochmal aufs Handy gucken die spannende aufgabe ist das jetzt wieder entsprechend da rein zu kriegen dass das hier gedeckelt wird ja nach ein bisschen pummelei habe ich den Kilometerstand entsprechend hingekriegt ja also wir haben jetzt 175.226 auf dem Tacho stehen beziehungsweise nicht ganz ja weil ich kriege diese 6 einfach nie ausgerichtet was mir gerade eingefallen ist ich kann auch einfach den Kollegen also ich habe das jetzt alles wieder dran gemacht aber ich kann einfach den Kollegen aus dem alten Tacho nehmen ja und das werde ich dann hinterher auch machen trotzdem wollte ich mal gezeigt haben wie das ganze funktioniert also dass man das quasi einmal separat ausbauen kann steckt das jetzt erstmal alles wieder zusammen weil ich ja noch die Sachen besorgen muss für den Drehzahlmesser das heißt einmal das Kabel einmal die Klemme um eben den Anschluss zu legen ja dann müssen wir das mit dem Drehzahlmesser auf jeden Fall vertagen dennoch das haben wir uns einmal angeschaut ich baue das ganze wieder zusammen wenigstens einmal gesehen wie man denn den ja wie man denn den Tacho auseinander baut und seine Einzelteile hier zerlegt ja das ganze natürlich dann wieder rückwärts einmal rein damit bei der Tacho Blende ruhig ein bisschen fester drücken ja damit ihr die auch hier oben vor allem drauf kriegt ja da ruhig mit ein bisschen Druck arbeiten so dann kommt das ganze hier wieder einmal drauf und dann wäre der auch wieder komplett fast den Kollegen einmal noch drauf stecken ja das lief ja jetzt nicht ganz so wie gewollt nichtsdestotrotz hoffe ich dass es euch trotzdem gefallen hat dass ich den Tacho einmal auseinander genommen habe euch die verschiedenen Elemente wenn man so möchte dass ich euch das halt quasi einmal gezeigt habe wie das ganze funktioniert ganz einfach um diesen Kilometerstand rauszunehmen und wenn man jetzt einen alten Tacho hat den anderen wieder quasi reinzusetzen oder alternativ einfach den anderen neu auszurichten wenn man möchte ich werde das ganze mit dem Kilometerstand einmal dann ohne Kamera machen wenn ich den neuen dann quasi soweit fertig habe dass ich den einbauen kann dann zeige ich euch noch wie das Kabel verlegt werden muss wohin das muss und dann hoffen wir oder dann hoffe ich dass wir zumindest den Drehzahlmesser schon mal haben für den ja für die Temperaturanzeige also der jetzige Tacho hat dann nur so ein Licht was aufblinkt wenn er zu heiß wird der hier hat Moment ich zeige euch das nochmal der hier hat ja hier die Anzeige und da müssen wir einen neuen Temperaturfühler beziehungsweise einen neuen Sensor kaufen der soll wohl angeblich so um die 15 Euro kosten ich hoffe das ist auch tatsächlich so da werde ich dann mal schauen müssen und auch mal nach dem Preis gucken müssen wichtiger ist mir allerdings erstmal primär dass der Drehzahlmesser funktioniert das heißt da werde ich mich am Freitag oder Samstag mal ja irgendwo hinbegeben wo ich dann die entsprechenden Teile kriege also Kabel und den ganzen Gedöns den ich dann brauche um das ganze zu bearbeiten dann werden wir einmal noch zum Schrottplatz müssen um halt einen Stecker irgendwo von einem Punto abzuziehen um den zu bearbeiten ja und dann würde ich sagen das ist auf jeden Fall der Schlachtplan fürs Wochenende ja ich hoffe euch hat das Video trotzdem gefallen auch wenn es jetzt so ein bisschen Fail war weil es halt nicht direkt so geklappt hat wie ich das wollte gehört allerdings dazu und ja ich lerne ja auch dazu und ich hatte ja schon mal angekündigt auch das ist jetzt mein erster Tachoumbau quasi ja deswegen gehört das einfach dazu und ich hoffe euch hat es trotzdem unterhalten und ich würde sagen bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss